Ich gebe euch heute mal eine ganze Tour. Kühlschränke, Frierfach, Küchenschränke. Ne, da wird mir wirklich ganz übel. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, an meine Chai Latte Pulverliebe. Im Oktober 2022 abgelaufen. Das ist die Nuschbox. Wie man sieht, süß dominiert. Die sind auch so geil. Darf ich denn ein Nugget haben? Ich glaube, manche sind gerade echt so, boah, ne Sophie. Hallo. Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wirklich mal ganz einfach. Ich muss heute weder einkaufen gehen, noch mir irgendwie Gedanken machen. Wobei, so ein bisschen, ne. Wir müssen ja gucken, was wir heute so ein bisschen mit unseren Resten kombinieren. Ich hatte euch ja im letzten Video erzählt, dass wir ja so super viel Angebrochenes haben. Ich gebe euch heute mal eine ganze Tour. Kühlschränke, Frierfach, Küchenschränke. Krams mir schon ein bisschen vor, aber wir sind ja der Inner Circle. Von daher ist das, denke ich, kein Problem. Hoffe ich. Wir fangen auch am besten direkt mit diesem Kühlschrank hier an. Ich gebe euch mal eine kleine Tour. Das ist es einmal gerade im Überblick. Wir haben hier übrigens auch noch hier unten. Meist Obst oder Gemüse. Ach, hier hinten schlubbern auch ein Multi. Und hier fangen wir noch einmal mal an. Hier ganz spannend mit Arnes Insulin. Das grüht ja hier nämlich auch immer. Ähm, ganz viele Hälte kommen wieder übrigens. Wir haben da auch, wie ihr seht, nicht so eine... Also ich habe es versucht, ich versuche es immer mal, so irgendwie nach System. Aber wie ihr seht, ist das alles so ein bisschen kreuz und quer und chaotisch. Aber ich weiß, es gibt da so ganz coole Instagram und du kannst das dann so in so Boxen machen. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Ich habe es mal probiert tatsächlich. Indem ich hier so eine alte Eisachtel genommen habe. Zumindest ist da mal ein Parmesan drin. Ne, Ehrenplatz. Und die allerbeste Tomatensauce von Arnes Oma. Aus dem Garten. Frisch mit ihren Tomaten. Also die kriegen hier einen Ehrenplatz. Ansonsten haben wir hier einfach Aufstrich, wie ihr seht. Und Fleisch, Alternativen. Mozi ist noch da hinten. Kopfsalat, da habe ich auch noch nicht gezeigt. Hier in der Tür haben wir einmal Remoulade. Bisschen Weißwein, schadet ja nie. In Soßen. Und Cola. Ist echt mein Guilty Pleasure. Aber zu Glück, wie mit Nicht-Koffein. Die trinken wir echt beide sehr gerne. Dann Schokomilch. Die haben wir ab und zu mal hier. Milch, klar. Und hier oben haben wir auch noch mal Soßen. Oh, wir haben auch noch mal was von Arnes. Auch irgendwas, mit was sie sich dann spritzt. Hier habe ich mal probiert, so eine Art süße Etage zu machen. Aber wie ihr seht, kriegt nicht dran gescheitert. Wir haben nämlich hier noch ein paar salzige Sachen. Einmal hier Schokolade. Weil ich die irgendwann mal zum Backen benutzt habe. Und seitdem schlummert die im Kühlschrank. Hinten haben wir Joghurt und rote Krütze. Natürlich Basic. So wie Pistazienpesto. Dann haben wir noch Hummus. Schmand noch. So wie Marmelade. Ihr wisst ja, ich feiere ja die Centis eigentlich sehr. Wir haben jetzt aber mal die ausprobiert. Denn da ist, glaube ich, auch preislich mehr drin. Und die schmeckt auch richtig lecker. Also ich glaube, ich wechsle jetzt zu Schwartau. Dann haben wir hier Apfelmus. Hier oben, ja, ist auch kein richtiges System. Wir haben hier Eier. Tüsis, weil die jetzt schon angebrochen sind. Im Kühlschrank. Mayo. Ketchup. Hier hinten ist auch noch mal, ich glaube, so eine Art Trimulade. Hinten schlummert auch noch ein Aperolchen. Friraccia. Balsamico natürlich. Und Käse. Und das ist so unser Kühlschrank. Wer wills, denke ich nicht. Und ich habe vergessen, hier habe ich meistens noch meine Bananen. Weil die habe ich bewusst nicht im Kühlschrank. Immer eigentlich meist. Hier stehen damit die auch relativ schnell braun werden. Weil ich meistens die für entweder Porridge oder irgendwelche Smoothies. Was auch immer benutze. Und wenn man die, glaube ich, in den Kühlschrank legt, neben Obst, wird das Obst schneller schlecht. Zumindest denke ich, dass es so klug ist. Sonst schreibt mir dann nochmal gerne. Gestern habe ich übrigens auch schon so eine Art Resteverwertung gemacht. Und zwar ein Smoothie. Da dachte ich, ich zeige euch den auch einfach mal. Weil der wirklich super lecker ist. Ihr braucht also, wie gesagt, eine Banane. Eine gewaschene Handvoll Blotspinat. Feige. Ach, richtig. Und gefrorene Heidelbein auch noch. Hatte ich euch wohl vergessen zu zeigen. Das Ganze vermichseln. Boah, wirklich, das ist so eine Sache, auf die bin ich wirklich stolz. So ein Prachtstück. Das schmeckt auch richtig geil. Spinat for the hair. Banane einfach, um so ein bisschen gesättigt zu sein. Heidelbeeren, weil wir die halt meistens da haben, weil der sich meistens auch in sein Ski macht. Dann ist das Ganze schön gekühlt. Schmeckt gut fruchtig. Ja, Milch, um es ein bisschen in Wasser zu verdünnen. Und Feigen, weil Feigen sind nicht eine schlechte Idee. Dazu, bevor ich jetzt komplett Löffel, machen wir uns jetzt noch Frühstück. Ich denke, wir arbeiten mit Mingaden-Pistazien-Pesto. Of course. Balsamico. Ja, ach so, ja, die Toastbrötchen. Prostmont ist jetzt noch groß. Mozzarella-Bällchen haben wir ja, wie gesagt, sind auch noch zu. Aber ich denke, die können wir jetzt auch öffnen. Und dann machen wir die uns da auch drauf. Ich mag gerade irgendwie Mozzarella-Bällchen. Und... Ach, Tomaten. Ja, die haben wir sowieso immer da. Das ist so ein Bälze, jedenfalls ein Muss. Hilft mir, was soll ich sonst noch drauf machen? Na, ich glaube, das war's. Ich denke, da lässt sich mitarbeiten. Keramik bemalen ist wirklich eine tolle Sache. Vor allem, wenn man halt auch danach ja immer wieder irgendwas noch davon hat. Und so eine Art Erinnerung. Ich finde das wirklich toll. Ja, ich denke, das ist gut. Was ganz wichtiges fehlt hier aber noch? Mein gutes Aglio-Gewürz. Habe ich jetzt auch schon mittlerweile den Arne mit angesteckt. Wir hatten nämlich gestern Nudeln mit Pistate-Masso. Also das, was ich mir gerade aufs Brot geschmiert habe. Das ist übrigens so krass. Ich will nicht schon wieder Werbung machen für Koro. Aber nur ganz kurz, wie geil diese Konsistenz einfach ist. Da ist einfach so viel Pistate drin. Das finde ich richtig cool. Also man merkt jedes Mal die Qualität. So wie hier bei diesem Aglio-Gewürz. Ich habe ja auch noch mal einen Smoothie. Da habe ich noch jetzt die andere Hälfte reingekippt. Lass mal was das jetzt schmecken. Die Kombi hatten wir so glaube ich auch noch nicht. Ich habe da eh immer so ein Problem mit. Ich gehe immer wieder neu einkaufen. Vielleicht auch einfach, weil ich zu den, glaube ich, wenigen Menschen gehöre, die halt gerne einkaufen gehen. Und das auch meist täglich. Ich kaufe immer wieder was Neues, weil ich immer das Gefühl habe, ach wir haben ja das und das nicht und das und das nicht. Das heißt, es ist mich auch mal ganz gut jetzt hier heute zu sehen. Es reicht auch mal von seinen Resten zu leben. Und ich muss nicht schon wieder einkaufen gehen. Das mit den Nägeln überlege ich mir wirklich nochmal. Auf euren Rat, dass ich jetzt mal UV-Nagel habe, beziehungsweise UV-Nagel-Design war es glaube ich. Ich berichte euch, weil das ist einfach eine absolute Katastrophe. Ich habe die jetzt nämlich gerade mal nachlackiert. Und wie ihr seht, war ich zu ungeduldig, es richtig trocknen zu lassen. Boah, man sieht von außen so richtig schlecht, dass ich da gerade einfach nur drüber gemalt habe. Das kannst du wirklich keinem zeigen. Was zu dem Thema, bevor es mir aber auch noch kraut, ist euch jetzt mal unseren Küchenschrank zu zeigen. Und zwar ist er euch ja schon von Begriff, der hier. Ich hatte am Anfang, als wir eingezogen sind, da auch so eine Struktur drin. Aber mit der Zeit und in der Hektik und Eile, naja, sieht man da halt kein System mehr drin. Ähnlich wie im Kühlschrank, wobei das hier eigentlich noch viel schlimmer ist. Ihr habt es ja auch schon mitbekommen, sobald ich irgendwie merke, dass da nur so ein Ticken offen ist. Und man könnte den sehen, den Inhalt. Ne, da wird mir wirklich ganz übel. Aber gut, ich zeige es euch jetzt einfach. Don't judge. Ja, da haben wir noch ein paar Lebensmittel. Da fischen wir auch gleich ein bisschen Mittagessen raus. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch noch so ein paar Fertigpackungen habe ich da auch drin. Und dann Nudeln. Und eigentlich waren damals meine Just Spices-Gewürze richtig schön da drin organisiert. Und einfach dadurch, dass ich die halt alle täglich hier verwende, die ihr auch vorne hier seht. Ja, stehen die halt jetzt quasi einfach hier griffbereit, anstatt halt in der Box, wo ich rumsuchen muss. War vielleicht auch nicht die schlauste Idee. Ja, dann habe ich hier noch so offene Sachen wie Backkakao. Aber keine Sorge. Ich habe immer alles zugesippt, dass da auch kein Gefiescher-Kram da kommt. Und, aber, ja, es ist eine kleine Mess. Aber ich sehe auch übrigens gerade, ich weiß gar nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, an meine Chai Latte-Pulverliebe. Könnten wir es eigentlich tatsächlich auch noch später machen. Warum eigentlich nicht? Ach ja, das kann ja auch mal wegwerfen. Stimmt. Ja, hier diese Geschmacksflächen. Ich glaube, jetzt fokussiert nicht. Ist auch gut so. Das sieht sowieso total eklig aus. Das ist richtig gelb geworden. Und ihr seht auch, ich habe das so gut wie kaum benutzt. Ich dachte mal, wenn irgendwie mein Porridge so geil nach Kokos nur schmecken soll oder so, haue ich das da rein. Aber das schmeckt so künstlich und so eklig und irgendwie. Oder vielleicht hatte ich mit Kokos auch nicht so mein Glück. Aber ich süße jetzt sowieso eigentlich wie mit Bananen oder einfach Agavendicksaft. Irgendwo hier habe ich auch noch sowas wie Pudding. Könnten wir uns eigentlich auch machen. Buchstaben-Suppe haben wir auch im Angebot. Das haben wir eigentlich immer da, wenn einer von uns mal krank wird. Ich finde irgendwie, auch wenn es Einbildung ist, aber das hilft. Gegen Erkältung. Bin ich der festen Überzeugung. Einen geliebten Burger-Bratling habe ich auch immer da. Könnte man sich auch überlegen. Oder wie in guten alten Zeiten. Oh, der ist auch schon richtig verdillt. Probieren wir mal wieder einen guten alten Kaiserschmarrn, ha? Da habe ich echt schon länger nicht mehr. Aber auch immer einen auf Vorrat da. Man weiß ja nie, für was man es braucht. Warum nicht? Ein bisschen gehackte Haselnüsse drüber. Puderzucker wäre eine Idee. Ich glaube sogar. Ja, das mache ich so. Da gibt es dann aber Kaiserschmarrn mit Puderzucker. Kaselnüsse. Dazu machen wir einen Chai. Ich hoffe, der ist übrigens noch gut. Ah, nee. Im Oktober 2022 abgelaufen. Also jetzt fast ein Jahr. Aber eigentlich ist es ja auch nur Pulver, oder? Was ist denn da groß drin? Das kann ja schlecht werden. Also höchstens schmeckt es ja vom Geschmack wahrscheinlich nicht mehr so intensiv. Ach, wir probieren es. No risk, no fun. Und dazu können wir ja noch, ähm, was hatte ich gesehen heute Morgen? Apfelmus. Über einen Kaiserschmarrn geben. Mit Puderzucker. Haben wir noch irgendeine Rosinen? Und in Rosinen geht ja wirklich gar nichts. Na, schmeckt das nicht. Natürlich. Hier. Auch so ein Kruschbildthema hier oben übrigens. Also es ist wirklich, wirklich eine Augenweide, die man hier hat. Man merkt, wenn man Sachen länger nicht mehr gemacht hat, muss man tatsächlich schauen, wie es nochmal ging, die Zubereitung. Aber es ist wirklich traurig. Das macht ja auch wieder Sinn. Die Zeit, dass wir die Ära wieder aufblühen lassen. Kaisi. Die übrigens auch, finde ich, richtig gut aussieht. Dann dazu natürlich heißes Wasser. Brauchen wir auch unseren Schall jetzt anzurühren. Ich bin gespannt, ob da noch was taugt. Nee, riecht jetzt nicht komisch. Pulver sieht auch aus wie immer. Das ist immer so hell. Konsistenz ist irgendwie auch in Ordnung. Ich hab ja nur was Strohhilm lieber, ne? Alle feiern ja gerade so diese Riesen... Das ist aber wahrscheinlich auch schon wieder in zwei, drei Wochen gegessen. Und es trinkt sowieso keiner mehr draus. Das sind ja diese Riesenbecher. Da bin ich zum Glück jetzt noch nicht aufgesprungen, weil ich aber von mir selbst schon weiß, dass ich das nicht durchziehe. Höchstens vielleicht eine Woche oder so. Und dann trinke ich eh nicht, wenn mal eine zwei, drei Liter, wenn ich wieder reinpasst. Inwiegen Strohhilme, finde ich, macht das Trinken wirklich Spaß. Und da habe ich auch schon den Arne hier mit angesteckt. Da schmeckt alles viel besser draus. Auch ein Schall. Latte. Auch der schmeckt genauso wie sonst. Hat den ja auch schon ewig nicht mehr. Auch der schmeckt richtig gut. Ich hab das voll vergessen. Ja doch. Also mit der Packungsbeilage zusammen funktioniert doch keiner Schmarrn. Der schmeckt richtig gut. Das ist auch bisher gar nicht so schwer, muss ich sagen. Also eigentlich Projekt Witter ist Teil 2. Dass man da einfach mal mehrere Tage draus macht. Ich hätte noch so viel, ne. Wir hätten Buchstaben-Suppe zur Auszeige gehabt. Jetzt nur aus diesem Schrank da oben. Wir hätten Nudeln machen können. Wir hätten mal eine Burger-Teile machen können. Wir hätten Pudding machen können. Kannst du ja lieber leben. Und das schmeckt sogar lecker. Weil da geht es an die nächste Schreckenskammer. Die Snack-Abteilung. Das ist dann hier drin. Ist das Wichtigste drin, wenn man eine Cravings hat. Da hast du alles vor dir. Ja und wie man sieht, süß dominiert. Also wir haben Chips. Wie ihr auch schon auf meinem Video kennt. Die ich eigentlich auch nur für den Mittagessen gekauft habe. Und weniger so. Jetzt zum Snacken. Aber ja. Und da suchen wir uns doch jetzt mal was Leckeres raus. Ah, das muss ich euch noch kurz erzählen. Das ist wirklich krank. Und das beschreibt wirklich so meine Kinder-Bruno-Ex-Liebe. Ich habe damals zwei, drei, vier Packungen gekauft. Als es noch April, Mai war. Also noch zur Osterzeit. Weil ich schon wusste, dass mir die fehlen werden. Und dass die aus dem Sortiment genommen werden. Jetzt wage ich das die ganze Zeit nicht, die aufzumachen. Weil der Winter naht. Bis Ostern kommt. Das dauert noch ein Weilchen. Deswegen, die machen wir nicht auf. Das ist mir noch zu schade, tatsächlich. Dann haben wir tatsächlich... Ich weiß gar nicht, warum wir die Meos gekauft haben. Aber ich habe ja auch... Ne, Originale haben wir auch hier. Können auch nochmal einen spontan Fake-Nas-Original-Nas machen. Aber ja, die haben wir einmal da. Dann auch geil. Da hatten André und ich, als er hier war, hatten wir Bock auf Mikrowellen-Popcorn und dabei Serie schauen. Aber dann haben wir es irgendwie doch nicht gemacht. Wir hatten dann Grünbärchen oder so. Aber das finde ich eigentlich auch ganz nice. Hm. Das war eher nur nice zum Film geschauen. Das fühle ich jetzt auch nicht. Ah, die hat mir richtig cool, als mein Stiefpapa kam, um die Waschmaschine zu reparieren. Wirklich Ehrenmann. Hat er mir auch noch Grünbärchen mitgebracht. Also doppelt Ehre. Ach, die sind auch so geil. So Wassermelonen-Schnüre. Vielleicht nicht für jedermann Wasser. Ich finde sie sehr wild. Ach ja, hier haben wir doch diese... Wie ist denn auch die Schurki? Der war ja nicht so begeistert. Deswegen seitdem haben wir auch noch nicht so viel von gegessen. Die kommt irgendwie nicht so weg. Ah! Die möchtet ihr auch noch kennen. Das ist mittlerweile, glaube ich, unsere dritte Packung hier. Weil der Arne auch... Also ich fand die ja schon gut, aber der Arne hat eine richtige Liebe für die entwickelt. Deswegen, ja, das ist vor allem seine. Die hat jetzt auch schon fast wieder aufgegessen. Nutella-Bizquiz. Und dann haben wir noch Dame-Cookies. Die sind eigentlich auch ganz nice. Jetzt überlege ich gerade. Die lachen mich mit am meisten noch an. Machen wir uns geile Chino-Mikrowell-Popcorn-Körner. Dafür muss man keinen Film schauen. Zwei bis drei Minuten. Perfekt. Die poppen auch richtig geil auf. Also gerade die von Chio, die sind so auch ein bisschen teurer. Und ich sage ja sonst immer, ganz nach dem Motto, sparen macht Spaß. Aber nicht an den falschen Dingen. Das macht weniger Spaß. Sonst wirklich verbrennt entweder die Hälfte oder es poppt halt kaum was auf. Und bei denen, ich glaube, das ist richtig gut. Das klingt schon mal gut. Und riecht auch gut. Oh mein Gott! Ah! Gut. Für was Chio halt auch nichts kann. Vielleicht habe ich sie ein bisschen zu lange dringelassen. Ein paar sind verbrannt. Es ist auf jeden Fall jetzt noch eine gut volle Schüssel geworden. Beziehungsweise nicht irgendeine Schüssel, ne? Wisst ihr Bescheid. Meine Schüssel. Wir haben es jetzt übrigens auch schon halb sieben. Das ist später geworden, als gedacht. Ich hatte nämlich noch in der Innenstadt. Ich kann mich nämlich hier nicht konzentrieren. Also es kommt drauf an. Mal geht's. Heute aber nicht. Bin ich dann danach ins Café geflitzt. Ich bin ja wieder in Starbucks. Der Pumpkin Spice Latte kam nämlich nur raus. Passend zum Herbst. Und ich habe es auch schon auf Instagram geteilt. Und bis zu immer mit euch ja auch schon, ne? Dass ich ja quasi so eine Art Abschlussarbeit schreiben muss. Das ist quasi die Eintrittskarte. Wobei ich das ja wie gesagt kacke finde. Weil das gefühlt wirklich eine Bachelorarbeit ist, die man hinknallen muss. Für nix. Du hast ja nicht mal einen Abschluss. Und es zählt 10% zur Gesamtnote nur. Das heißt, ich habe halt dafür gesorgt, dass ich dann wenigstens ein Thema habe, was mir auch später dann was bringen wird. Und wofür ich mich auch wirklich interessiere. Wofür ich brenne drei Monate lang. Und ja, ich kann euch das gerne mal einblenden. Falls ihr, weil es gibt ja auch bestimmt ein paar, die haben auch nicht Instagram oder folgen mir da noch nicht. Noch schlimmer. Ich mag einfach in dem Sinne untersuchen, inwiefern halt Lehrkräfte leider halt subjektiv, was automatisch oft passiert und auch noch unbewusst, SchülerInnen danach bewerten, wie ihr Körper aussieht. Also, dass meist automatisch langere Menschen halt nur zwei im Zweck entstehen haben in Sport, als jetzt Menschen, die eher, ja, Mehrgewicht drauf haben, nicht dem Körper ideal entsprechen, dem man halt dann unbewusst folgt, schneller nur drei bekommen, einfach weil sie nicht sportlich aussehen. und da gibt es genug Statistiken zu, dass das eigentlich so ist und dass da aber noch viel zu wenig drüber gesprochen wird. Und ja, deswegen gucke ich mal, was ich da so finde. Und irgendwie motiviert mich das nochmal so mehr in dem Sinne, weil ich so weiß, wie cool, also, dass viele andere das auch als interessant empfinden und das ist nicht nur mein Empfinden. Ich habe auch ein paar Erfahrungsberichte von euch bekommen, dass es auch zum Beispiel im Gegenteil manchmal so ist, dass wenn jemand zu schlank ist, man schnell dieses Vorteil hat, ah, du schaffst das doch eh nicht, weil du bist eh so kraftlos. Ah, ich würde das lassen. Ah, bist du dir sicher, dass du das packst und am Ende aber so unterschätzt wirst? Also, es geht ja in beide Richtungen und von daher, ja. Dann habe ich da jetzt dran gearbeitet. Jetzt ist aber auch Schluss. Und jetzt, ja, folgt süßes Popcorn. Das, by the way, übrigens richtig gut schmeckt. Ich habe nur 10 oder so anbrennen lassen, aber übermacht den Meister. Ich habe schon länger keins mehr gemacht. Schmeckt auch ohne Film. Wir machen hier wirklich die volle Küchentour. Wir haben uns noch nicht so richtig den Gefrischen angeschaut. Beziehungsweise heute Morgen habe ich kurz Heidelbein rausgegriffen, weil die einfach geil schmecken in einem Smoothie. Und jetzt machen wir da einfach Abendessen draus, würde ich sagen. Wir haben meist immer irgendwas da. Vor allem ist das auch eher so abends wach, weil der liebt ja alles zum Tiefkühlgemüse. Hat auch meist Tiefkühlschnitzel oder sowas hier. Und da schauen wir jetzt alle mal rein. Und ich muss ihn wahrscheinlich auch fragen, weil ich habe ja, wie gesagt, heute nichts eingekauft. Aber ich wette, wenn ich euch mitnehme, sagt er eh ja. Das sieht natürlich auch schon geil aus. Also erstens hier, ne? Das matcht ja wirklich wie die Faust aufs Auge hier. Wir haben hier einmal Green Cuisine. Ach, die haben wir mal zusammen eingekauft. Das ist so eine, was ist denn das? So eine Kartoffel- Hähnchenpfanne. Dann haben wir hier Ching Nuckets in Neu. Ach, mit Käse. Oh mein Gott. Die sehen echt mega geil aus. Ich glaube, ich frage ihn da gleich mal, ob wir die machen dürfen. Dann haben wir hier noch und dann würden wir die doch einfach nämlich dazu machen, Pommes. Und zwar die Guten von McCain. Hier haben wir noch Eis. Ach, und Laugenstangen. Auch eigentlich cool. Das ist immer meine Fraktion, Team Laugenstangen. Die sind meistens mehr. Komm, ich hebe das Ding mal raus. Eis. Hier haben wir die Heidelman von heute Morgen. So Gemüse. Das könnte ich natürlich auch dazu machen, ne? Ein bisschen Gemüse zu den Pommes und Nuggets. Das nehmen wir auch. Hier habe ich auch noch eine Langezange. Hier auch noch mal Pommes. Seht ihr, ne? Kann man ja genug haben. Und Eis. Das können wir sogar... Das habe ich mir tatsächlich mal irgendwann gekauft, weil ich dachte, wenn man mal Lust hat, ne? So Chocolate Popcorn. Auch in der Popcorn-Variante. Ich fand das ganz interessant. Vielleicht essen wir noch später zum Nachtisch. Ich frage ihn jetzt mal den Nuggets, weil das wäre absolut geil. Hey. Hm? Darf ich deine Nuggets haben? Die tiefkühlen. Ja? Ja. Weil du es best. Ich glaube, manche sind gerade echt so, boah, nee, Sophie. Aber ich finde, es muss... Ab und zu gibt es doch diese tiefkühlen Abende, oder? Ihr könnt das auch nicht jeden Tag, aber... Mal schon. Wir probieren mal so ein Nugget. Ich muss die mit den Fingern essen. Ich habe eigentlich auch nur die Gabel wegen dem Gemüse. Ansonsten habe ich hier mein Werkzeug. Vielleicht, weil ich einfach so ein Händeesser bin... Ja, seht ihr? Da ist schon wieder was abgerauen. Ich habe die erst heute lackiert. Das ist wirklich eine Frechheit. Aber, ähm... Aber ich sehe es an. Ich mache wirklich viel mit der Hand. Ist okay. Hm. Hm. Süß. Na, vielleicht, weil ich die auch im Backofen gemacht habe, ne? Die sind irgendwie so lasch. Aber das könnte wirklich an mir liegen. Ich dachte, irgendwie, wenn der Backofen eh an ist, macht die halt rein. Aber, ähm... Die gehören in die Pfanne. Dazu schmeckt es auch nicht ganz nach Kä... Also, man darf jetzt nicht diese originalen... Ich hatte die früher echt ab und zu meiner Kindheit. Diese... Lidl. Ich weiß noch, die waren von Lidl. Käse Nuggets. Einfach auch... War die nicht auch aus... Ne, die waren auch aus der Pfanne. Ja, die waren aus der Pfanne. Klar. Wie willst du es dann vergleichen? Ähm... So schmecken die einfach nicht. Aber ich meine, mein Gott, also deswegen sind es ja alternativen. Aber eigentlich mal ganz gut zum Ausprobieren. Finde ich auch voll cool, dass Anne, die, ähm... Na, jetzt ja nicht. War so gut ausprobieren wollte. Kann ich ihm sagen, braucht er nicht mehr holen. Oder beziehungsweise... Also, da finde ich einfach normale Langes besser. Apropos, weil sich jetzt manche denken, warum esst ihr eigentlich so unterschiedlichen Zeiten, wenn er doch da ist? Kommt halt immer so drauf an. Manchmal, wie gesagt, hat er ja auch schon abends in der Uni gegessen, weil... Die sind sogar echt meistens bis 18. Viertel nach sechs halt da. Und dann sind die so, komm, dann kann man auch noch da günstig leckeres Essen an der Güte, ne? Ihr kennt ja den Teil hoffentlich. Da schlägt man halt gut. Und ich drehe ja meistens zweimal die Woche unter der Woche auch ein Video. Das heißt, ich bin mit euch. Und so auch, wenn wir quasi ja nicht den selben Tagesauflauf hatten, ist jetzt bei ihm... Er hat sich halt gewünscht, gern Fußball zu schauen. Und ich war so, ach, ist gut. Dann, ähm, ich denke auch immerhin, jetzt bald auch sechs Jahre zusammen. Ähm... Muss man natürlich aufpassen, dass das nicht... Dass man jetzt nicht hier wohnt. Dann abends dann quasi auch nicht den Namen miteinander verbringt. Aber wir gucken ja, dass das schon immer die Balance ist. Also man muss am Ende gucken, dass man sich natürlich trotzdem sieht. Das ist ja dann, ne? Sonst wird das ja auch gar nicht gehen. Aber trotzdem gibt es bei uns auch Abende. Da ist er dann abends da, aber will ja lieber Fußball gucken. Oder ich zum Beispiel bin dann auch abends bei Freundinnen. Oder, ne? Bin mit euch verabredet. Ihr seid auch meine Freundinnen und Freunde. Haben ja nicht wenige Zuschauer. Ich weiß gar nicht. Aber unser Festertag ist meistens der Sonntag. Da verbringen wir immer die Tage und meistens auch schon Samstagabend, Freitagabend. Und die meisten Abende auch. Aber wie gesagt, das geht halt auch manchmal nicht jeden Tag. Ich bin irgendwie auch von rund auf ein Mensch, der braucht auch einfach seine Me-Time so. Genauso gerne ich auch meine Freundin, so gern unter Menschen bin. Habe ich es aber auch schon immer gemocht, allein zu sein. Oder beziehungsweise nur in der Küche. Weil das gibt mir irgendwie auch viel. Deswegen war ich das bei uns tatsächlich gar nicht so unüblich, dass das auch mal die Woche passiert. Hat jetzt eigentlich auch keiner gefragt. Aber ich dachte, ich erzähle das auch nochmal. Aber dann morgen wieder back on track. Morgen machen wir auch zusammen einen Lerntag. Da haben wir es dann eher der Backe. Morgen Winter kocht er. Ich kümmere mich morgen ums Frühstück. Das ist ganz cute. Vielleicht mache ich auch mal wieder ein Video, wo wir gegenseitig uns quasi unser eigenes Essen zubereiten. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde? Das war es jetzt mit dem Video. Tatsächlich habe ich nicht mehr das Eis gegessen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es noch auf dem Schirm hattet. Aber ich hatte dann wirklich, dadurch, dass wir morgens einen süßen Smoothie hatten, zum Mittagessen was Süßes hatten und zum Nachtisch, habe ich dann irgendwie gar nichts mehr abends gebraucht. Aber das Eis werden wir auf jeden Fall noch irgendwann probieren. Das sage ich euch. Irgendwann mit es gegessen, dann nehme ich euch auf jeden Fall mit, weil ich fand, dass das wirklich ganz nice klang. Könnte aber auch ein Flop werden. Deswegen bleibt es spannend. Und jedenfalls hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich fand es irgendwie super, super cool. Hätte ich gar nicht gedacht. Also ich fand es noch cooler, als ich es gedacht hatte. Irgendwo habe ich mich, finde ich, gefühlt nackt ausgezogen, weil unsere Schränke wirklich, wie gesagt, nicht die ordentlichsten sind. Das hängt aber auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir auch super wenig Stauraum in der Küche haben. Was das Ganze hat immer so ein bisschen schwierig gestaltet. Klar, nichtsdestotrotz, kann ich trotzdem mal in den Schwingen aufräumen. Also das ist jetzt auch eine geile Ausrede. Aber ja, whatever. Ihr wisst Bescheid. Authentizität ist alles. Ich dachte jetzt, bevor ich den Scheiß jetzt aufräume und euch verkaufe, dass das bei uns immer so aussieht. Nee, that's the reality. Und ja, damit lasse ich euch auch gehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Rest. Donnerstagabend eine wunderschöne weitere Woche. Lasst euch nicht runterziehen. Im Gegenteil. Es wird super, super schönes Herbstwetter. Es wird kälter, kühler und trotzdem bleibt die Sonne. Und da bin ich auch schon happy. Und freue mich, glaube ich, sogar jetzt wirklich auf den Herbst. Doch. Genau. Deswegen, ich drücke euch bis ganz bald am Sonntag. So ein neues Video. Schmatze auf die Linse und tschüss. Bis zum nächsten Mal.